Abgestimmt auf die Anforderungen der autonomen Roboter-Technik, bietet Ketterer ein Antriebssystem mit modularer Antriebsplattform für fahrerlose Transportsysteme an. Ketterer Antriebe ist ein familiengeführtes Traditionsunternehmen mit Sitz in Furtwangen, im Herzen des Schwarzwaldes. Wo 1832 alles begann, entwickeln und produzieren wir auch heute noch als Global Player. Antriebe von Ketterer bewegen kundenspezifisch Gebäudekomponenten, Industrieanlagen, ergonomische Möbel und Kehrlösungen auf der ganzen Welt, manuell oder elektromotorisch. Wir realisieren Ihre Ideen von der Entwicklung bis zur Serienreife. Durch unsere Kernkompetenzen in der Spindel, Motoren und Verzahnungstechnik können wir für Sie komplexe Antriebslösungen entwickeln und hier vor Ort produzieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Unsere Antriebe kommen ohne zusätzliche Getriebe und Messsysteme aus. Daraus ergibt sich ein kompakter Antrieb, der Wartungsfrei ist und hohe Laufruhe bietet. Ausgesprochen wendig und leise kann das Fahrzeug selbst höhere Unebenheiten problemlos überwinden. Unsere Plattform hält für Sie alle Gestaltungsmöglichkeiten offen. Dimensionierung, Antriebe, Hub- oder Kippeinheiten und weitere Spezifikationen werden nach Ihren Wünschen realisiert. Ganz nach unserem Motto, we get your ideas moving. Ketterer Antriebe, Ihr Partner in Sachen Antriebstechnik. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020